Jedes Jahr lädt die belgische Königsfamilie zum alljährlichen Weihnachtskonzert in den königlichen Palast ein und erscheint in passender festlicher Garderobe. Doch in diesem Jahr sind alle Blicke auf die älteste Tochter von Königin Mathilde und König Philippe gerichtet. Denn in ihrem königsblauen Kleid sticht Kronprinzessin Elisabeth von Belgien neben ihren Eltern und Geschwistern besonders hervor. Wie für die Prinzessin gemacht, schmiegt sich das hochgeschlossene Kleid perfekt an ihrem Körper an. Mit einem raffinierten Saum ab der Hüfte schließt das Abendkleid mit einem Beinschlitz elegant ab. Einzig beim Laufen legt das Kleid einen Blick auf das Bein der Prinzessin offen. Passend dazu kombiniert die 21-jährige blaue Schuhe und eine schlichte Klatsch im gleichen Farbton. Lange, golden-violette Ohrringe runden das Outfit perfekt ab. Mit diesem Look zieht die Thronfolgerin alle Blicke auf sich. Was für ein Wow-Auftritt!